Hi, ich bin die Materie, ich komme aus München. Also meine ersten Songs habe ich noch auf so einem alten Sampler aufgenommen. Ich glaube, da war ich zum Glück von der Elbe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, was für Einflüsse ich habe. Also ich habe viel 60er Jahre Musik gehört, ich habe viel Folk und Country. Ich habe eigentlich alles mögliche gehört, aber wenn ich das beschreiben würde, also ich selbst bin der Singer-Songwriter. Also ich benutze alles mögliche an Instrumenten, die ich brauche, um eben das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Aber meistens ist es halt Akustik-Sound, Pop. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020